So Friends, wir haben uns jetzt Getränke geholt. Heute wollen wir aufgrund des Wetters nach Deja. Was machen wir jetzt? Es ist nicht heiß, wie verrückt. Von daher, wir wissen es selber noch nicht, Leute. Wir haben jetzt erstmal noch Getränke geholt, damit wir es nach Hause nicht machen müssen. Jetzt holen wir gleich noch ein Aperol. Für das Musikvideo von der B-Roll. Also für eine Zwischenszene in Wake Up. Fucking shit. Was ist das? Ein Film. Du Scheiße, Alter. So Leute, wir sind in den letzten Vorbereitungen. Wir laden das Ding jetzt bald hoch und machen uns dann noch den Weg. Wir müssen jetzt noch die Titels einfügen am Anfang. Schaut es euch sofort an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Spaß gemacht, das war geil, aber irgendwann konnte es auch fertig sein. Und jetzt sind wir fertig mit Wake Up. Wir gehen heute fett skaten, fahren in den Norden. Und den Rest seht ihr da und es wird wild heute. Ab jetzt haben wir gar keine Sorgen mehr. Wir haben alles geschafft, Digga. Alles. Wir sind da. Ey Leute. Ey, wir haben es einfach geschafft. Gehört euch über die Umgebung hier. Krieg gleich so fette Drone-Shots. Wir zocken jetzt so zu dieser Mini-Ramp. Wir haben sofort einen Parkplatz gefunden. Da oben um die Kurve rum und dann um die Seite. Ich bin mega gespannt. Yeah, und ich es. Na dann. Die Berge. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Kuss auf Birdseye, Alter. Aber da unten ist die Ramp. Echt? Da ist die Ramp. Wie kommt man da jetzt rein? Und vor allem ist es wieder sehr extra. Nicht, dass wir da nicht wieder Lärm machen. Ist so. Na, was sagst du? Was machen wir? Bei der Polizei-Lokal-Rennen, wenn sie uns erwischen. Okay, also gehen wir rein? Ja. Gut Freunde, wir gehen rein. Let's go. Wir gehen rein. Wir gehen rein. AnnalSLAM. Also gehen wir auf. Actually gehen wir auf. Und wir gehen. Dasselung bei mir zu einem roten Grund. Wir gehen. Amen. 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 Sportlich. Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier an der Mini-Ramp. Jetzt haben wir so einen Hund, der uns maximal tot abfuckt. Alter. Und ich habe mich schon mies auf die Hüfte geledert. Also keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade eben in diesem Moment nicht so hyped. Von daher, vielleicht bessert sich das noch. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen rumgefahren. Seht ihr jetzt auch noch alles? Es ist echt geil, aber es ist blöd, dass du dich jetzt halt hingehauen hast. Ich habe halt meine weichen Rollen an meinem Board. Und ich bin immer mit harten Rollen gefahren. Das macht einen riesigen Unterschied, weil die Weichen halt viel schneller und auch größer sind. Und ich damit einfach kein Gefühl habe. Vor allem dieser Ramp jetzt nicht. Und deswegen weiß ich nicht. Ich habe jetzt meine andere Rolle noch nicht dabei. Von daher weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwas ziehen kann. Deswegen bin ich halt enttäuscht, dass ich diesen extrem geilen Spot hier nicht so nutzen kann, wie ich ihn normalerweise nutzen könnte. Von daher nichtsdestotrotz geisteskranker Spot. Wirklich richtig, richtig fett. Ihr seht es auch nochmal aus der Luft, weil ich werde die Drohne so oder so nochmal starten hier. Geil, dass wir den gefunden haben und überhaupt und sonst alles. Ich werde schon von Bord gefallen, so schwindelig wäre er mir. Mir wäre schon viel zu schwindelig. Mir wäre schon viel zu schwindelig. Das ist das. Oh, shit, bro. Ist alles cool? So Leute, ich hatte doch noch meinen Spaß. Die Stimmung ist auf jeden Fall wieder ein bisschen zurückgekommen. Richtig. Jetzt hat Ruhm in Sicht gepackt. Also heute hat Skaten auf jeden Fall nicht so krass gegönnt, aber hat dennoch Bock gemacht. Wir sind super super verschwitzt. Schmeckt. Oh, wow. By the way, ist Wake Up jetzt online richtig, richtig geil. Wir announceden das gerade. Wir bereiten die Vlogs für morgen vor. Denn am Montag jetzt kommt der erste Vlog online. Beziehungsweise kam er vor euch ja schon. Vor über einer Woche. Von daher genießen wir jetzt noch ein bisschen die Sonne. Fahren nach Hause, Leute. Und dann war es das an dieser Stelle für den Vlog heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid gespannt auf den morgigen Tag, Leute. Dann würde ich einfach sagen, schaut bei Ruben vorbei. Abonniert uns auf Instagram. Alles in der Beschreibung. Haut rein. Bis morgen. Direkt oben und Hohlkreuz. Ready? Ja. Hohlkreuz. Wow. Wack up ist fertig. Oh mein Gott. 34. Gute Nacht. Und jetzt. Ja. Ja.